Herzlich Willkommen zurück, neue Session TTT, heute mit Items, Juli, Capuzo, Kunar, Maru, McFly, Niels, Taudon, Pate. Das ist der Wettbewerb, der Niel. Ich muss erst lesen, weil den Namen kannte ich nicht. Ich geh in das Foyer. Das ist mein Hotel. Ja, ich hab die Wand getötet. Das ist das. 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 Das ist das Auto im Hotel. Würde dir bitte nicht bei mir hinter mir, D Royer Kaufte Eckert. Juli. Das ist wirklich böse. Hier random damage. Da muss ich wieder lange gegen hink. Hahaha. Gut böse. Ja man muss ja links durchgegangen sein. Juli ist schon tot. Jh, Daniel kann es sein, dass du Kapuze gekillt hast. Nein, wir hättest ja noch Kapuze gekillt sind. Haid, was hast du mit dem, was hast du mit dem, was kapuze gegriffen ist. Hä, ich hab auf Juli geschossen! ja ich behaupte es ist ja mal die mega t ausrede ich habe am anfang gesagt ich habe random damage gemacht und das habe ich auch gemacht aber wenn er also wenn er wieder gespawnt kann sie bitte einfach einfach holzkopf also so spät bin ich doch gar nicht gekommen ein ist sehr verdächtig da du ist minimal verdächtig ja dann können wir einfach sicherheitshalber auch noch den anderen hier liegt noch wer tot wie viele tees geht er war schon drei es gibt drei tees es gibt noch einen tee ja erstmal herausfinden wo machst du eigentlich volles leben weil ich priester bin weg wer doch immer ist wenn du denn hier so ist denn da oben ich für passwort lösen hier das passwort lösen ja keine ahnung jetzt natürlich wow da du hast du gar nicht im netten da du ist es lasst euch da mal machen hatte ich gehe hin ich bin die mutter ich bin sein dass ich nie jetzt gefinisht habe aus versehen einer von euch beiden ist es noch ne ja film du ja du nee wenn du nicht zu mir laufen würdest hauter werde ich dir sehr verbunden ja ich suche statt gar nicht sorry ja nur wissen ob du noch lebst wer ist unser jäger und habe auch was eingesammelt ich weiß nicht was als du brauchst du ne münze wer ist denn unser jäger oh ja pain ist im schwimmbad oh nein du warst es oh mein gott das tut mir jetzt echt leid wo ist das schwimmbad drinnen rechts denn noch nicht nein kaputt ist das die kohle kessler bestimmt wirklich mit einer bärenfalle und mit der taube im anschlag verkämpft aber du kennst warum hast du ihn denn durch die scheibe nicht gesehen dass er ich bin der die fresse der hat einfach geschossen jetzt im ernst ich bin ja ein großer freund von dir aber das war jetzt zu viel des guten ich mag hier den raum das jetzt meine ja maxi ist gemeint bestellen und ich zusammen auf ich hatte ich bin betrüger ich habe da eine fehlgleiche liegen ich habe mir den raum gekümmt hat mich nicht gesehen dauert aus der neuer waifu denn er ist ja gar nicht ist er betrüger eigentlich ist er hier der karte hab nix gesehen ich bin gambler gewesen zum glück ich bin weggezugt ich bin gambler gewesen zum glück ich bin weggezugt ich bin auch gekostet ich bin auch gekostet warum kommt der denn da raus auf einmal soll ich gehe vor was war das bananenbombe okay so viele bananen für uns so viel brand so viel nix gut so viel so viel nicht gut so viel tot einmal gut machen die denn da hinten kriminelles wo ist denn der wenn sie denn den items dasselbe ihr soll ihr drei seiten oder was hat doch mal angesagt ich glaube wer ist dann sidekick oh okay ich hab ja nicht so viel schlagen gemacht hey die um mich schießen könnte halt echt sein ne dass der sidekick ist der kuran ist halt schon ne möglichkeit das ist ein zaubertrick julie vadete er hat auf mich geschossen was julie vadete und du hast sie einfach umgebracht das ist schon na nicht einfach ich hab mich nur gewährt sogar zweifach okay au können wir das unterlassen hey endlich ne waffe schön du hast da doch nicht zum sidekick gemacht gehabt ich kann gar niemanden zum sidekick machen ich vergesse immer jede aufnahme session wo mein drophand ist achso ja stimmt ich muss das auch nochmal unterlassen sie das dod hui halt ich muss nachladen das ist nicht nett das ist überhaupt nicht nett oh warum habe ich die denn wieder guck welche hundeblick mein problem war tatsächlich dachte ich warum fängt kaputze jetzt an zu schießen dann hat das auto heute angefangen zu schießen das war wirklich so warum warum kündigt der an er fängt an zu schießen aber ist eh egal bei der gruppe hat es eh keiner checkt so wusser worden gemacht jemann check wieso ich hab ihn da oben gesehen ja warum hat ihn ins gesiegt ach ja warum war doch selber check achso 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 ich hab ihn gesucht aber er hat mich zuerst gefunden ich hab'n berg kannst du mal testen ob der low carb ist weiß nicht hallo hallo julie hallo bist du schon wieder böse ja und du stehst auf der liste ich würde sagen nicht das ist der seien so ich habe noch irgendwas geflogen wer war das hier da ist es da wurde blick da ist es und hier am ersten hey du warst längst wir bleiben hier außerdem ja ich weiß nicht bis er hat mich auf ihn geschossen ach du hast er ist mit der hallo Kilometer versucht hat ja ich glaube der geld auch uns also jedenfalls wird am scoreboard als leben angezogen ja raus ich habe mir auch dann erst ein radar gekauft als du respond bist da bin ich direkt im punkt 100 q place nicht mehr nachdem warum ich fast erschossen hätte und ich laufen ich war die ganze zeit vor die rechts gelaufen da wollte schießen dann bist du nach links gelaufen in der küche gelandet ich gehöre hier nicht ich gehöre ich gehöre hier nicht ich gehöre hier nicht wow pain wird der rassiste hallo das ist ja rassistisch eine bombe geschenk die kennen meine konto ja es gibt eine jetzt gesperrt ich behalte das mal für mich jetzt hier sind ja ja so ist gut weiß dass nie das ist doch ja muss sie nicht durch die munitionsbox oder der fernst gleich weg damit du mir die wache der munitionsbox steckt die fliegt nochmal bei mir ok jetzt ist sie weggegeben jetzt was das ist das was ich bin jetzt hat und ich habe vom eingang nein nein hier hinten in der ecke der wahl explodiert ihr fucker wieso das Was? What the shit? Achso, der Filter muss übrigens noch draußen sein. Maro. War das denn der? Maro. War das denn der? Items, pass auf dich auf. Das ist echt. Items, pass auf dich auf. Das ist ja gewiss Betrüger. Nein. Wir sollten mal gucken, was die echte Leiche ist. Wir sind auf dem Bahnhof. Oh, Geburtstag! Entschuldigung. Tautau? Oh, Payne war Betrüger. Okay. Was ist mit ihm? Tautau ist auf! Das ist der Wurm. Aber was ist hier mit... Oh, dann sag doch mal! Hinter uns, Maro! Maro auch? Tautau? Ihr Tautau lebt wieder! Tautau! Tautau ist weg! Tautau! Tautau ist gleich da und er aimt ja gar nicht mehr. Er ist tot! Oh, Tautau hat ein Super Sheep gedroppt! Mach mal auf! Schnell! Oh, oh, Dämi! Oh, Shit. Oh, cool, ein Sidekick. Nein! Ich bin Däte. Dann ist Maro Sidekick. Oh, okay, war doch. Mussten wir gar nicht spielen. Sorry, Dad. Ich muss jetzt, dass der... Dass der Wahl explodiert. Kann der auch einmal so ein Thomas durch den Teppich durch. So kann man das alle mit Schornstein rauskippen? Wie hast du den präpariert? Da geht es in den Präter auf den Button. Ja, der war auch scharf. Explosion. Nicht mehr, welches die Fake-leiche war bei Pain. Zwei fette Weh, leider. Pain. Ja. Einer schluckt auf. Doch. Die Musik ist so schön in der Map. Schluck auf. Drei Stunden Schluck auf. Ich bin die Flukatze, Tau. Nein, da war sie trinken. Flukatze. Wo? Ja, hier oben. Da sind die beiden. Das ist knapp gewesen. Die Musik. Hallo, Maro. Gibt's nur den Träter da unten, oder? Gibt's nur den Träter da unten, oder? Nein, Thomas. Freilich. Maro, ich bin lieber dir. Schön. Das ist ja warm. Ich hab keinen Profilis explosiert. Ja, schiefst du. Wo ist doch die, äh, wo ist doch die, Entschuldigung? Entschuldigung. Der Geschenk am Knopf, das ist gemein. Ich will den Knopf drücken. Ich sitze auf dem Vorstudium, weil ich eine Katze bin, weißt du? Das passt. Das gehört auch da bleiben. Wien? Äh. Wien? Du bist doch da unten. Das ist nicht da unten. Das ist voll hell. Kommt dran, wollen wir mal was testen. Ich glaube lieber nicht. Wo ist der? Da schießt wir schon. Ja, das war ich. Wir sind fein. Wir testen das jetzt. Wie viele durch die Wand? Das war der Zug. Warte. Warte. Vom Eingang. Oh! Eingang. Der Hälter ist draußen. Komm, komm, brechen nach. Den Seifen wird jetzt ein. Hey! Hey! Hallo! Du schießt dir einfach auf den D zu. Was ist das denn los? Wunschungsreaktion. Aber es ist Items. Items. Die Blue Katze ist es. Yes. Hey, das ist unmöglich. Das ist Maxi. Maxi ist es. Ich hab ihn. Wir sind einfach auf den D zu. Maxi ist es. Das war ein Test von Items. Hat mich grad verklebt. Das ist ein Foto. Panis Jakal. Was ne fucking Lüge. Items ist wieder geformt. Tötet mal bitte. Warte, vote mal. Wer ist Jäger? Wir hätten uns freiwillig zugeben. Ich bin Jäger. Ich jage Trader. Wo hast du deine Beine verlenen gelegt? Achso. Beim Trader-Room. Also außer für... Kann wir nicht mal Items voten, bitte? Ja. Und Maxi war es auch, oder? Wer schießt denn da? Maxi ist gerade über die Brücke gegangen. Ähm. Lol. Juli? Ich hab ihn geschoben. Das heilig hat für eine Lüge. Ich komm jetzt wer runtergefahren. Ich hab ihn geschossen auf dem Boot. Ja, links von Maru lügt. Er steckt nämlich genau daneben. Ja, aber der Trader ist links von dir. Ach, links? Ja, genau. Das wusste ich. Ich hab ihn schon gehört. Vom Site. Das hab ich erschossen. Ja, ich hab' ihn erschossen. Ja, den habe ich erschossen. Ja. Ja, der war der. Der war richtig erschossen. Ja, der war der richtig erschossen. Ich glaube er war gerade in einem Duell mit einem Traitor. In einem richtigen. Wem beleben wir da? TauTau? Wenn ihr mich lasst... TauTau ist wieder belebt worden! Killt ihn los! TauTau! 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 Er legt sie erst mal hin! TauTau! Kannst du uns was mitteilen? Nein! Nein! Das hatte ich... Oh mein Gott! Kaputt! Wohin hat er mich nicht getötet! Er hat alle weggeflappet mit dem Täubchen. Er lebt wieder am Hause! Nicht draußen! Ich bin nicht da! Hast du dir schon ein Zugticket gekauft? Der wird gleich vorbeifahren! Und der hat Bock nicht mitzunehmen! Nicht den Thomas! Wann war es nicht? Lasse Thomas in Ruhe! Nicht den Thomas! Wo bist du? Ich bin gar nicht da! Thomas, der Tank Engine wartet auf dich! Gunnar, wo bist du? Da hinten! Ich schieße nämlich gleich auf den Nächsten, der meinen... Ich glaube, ich habe jemanden gesehen! Ich bin gar nicht da! Kommt hier! Ich bin gar nicht da! Ich bin gar nicht da! Oh! Oh! Ich bin gar nicht schreckt! Äh... Wie schienst du Schweine! Nochmal! Wie denn? Irgendeine... Ach, guck mal! Oh! Das war so eine Hände! Oh! Kamer durch im Wandel! Im Schwimmbad! Leute, wenn euch das Röntchen gefallen hat... Lasst gerne einen Like! Schreibt einfach mal! Wir sehen uns jetzt gut! Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020